Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mafia-Lift-Tief-Edition. Na Kumpel, kennst du mich noch? Remake. Ja? Mr. Morello ist etwas sauer. Solltest Sardiri-Schläger nicht helfen, hm? Jetzt breche ich dir ein paar Knochen, damit du nicht vergisst, wer an dieser Stadt das Sagen hat. Wirst ein weißen Problem mit dem Laufen haben. Sieh dir den an. Es wird ja noch richtig spaßig. Los, auf. Wohin entlang? Wir sind überall. Uns gehört die Stadt. Kannst nicht weglaufen. Wir sind die Kirche. Wir sind überall. Wir sind überall. Was, das ist nicht immer wahr, nicht wahr? Äh. Jetzt, ah, hier, wahrscheinlich. Immer da. Alles gut, Junge? Dino, Lou, wollt ihr was von Don? Nee, wir wollen nur mit dem Taxifahrer hier sprechen, sonst nichts. Ach, wirklich? Ja, das ist der Lieblingsfahrer von Don. Alles, was ihr ihm sagen wollt, könnt ihr auch mir sagen. Ach ja, dann hör mal gut zu. Wir gehen nicht mit leeren Händen, das steht fest. Tja, na dann geht ihr vielleicht gar nicht mehr. Also gut. Wir sehen uns, Jungs. Gehen wir durch. Danke. Ist das Mindeste. Komm mit. Sagen wir dem Don Hallo. Don Salieri? Ja. Er wird hören wollen, was passiert ist. Kapitel abgeschlossen. Auf der Flucht. Okay. Ja, ich weiß nicht, wann irgendwie ein Kapitel abgeschlossen wird. Ich glaube, ich werde die Parts, den ich so mache, immer ein Kapitel abschließen und dann Part beenden. Und dann weiter geht's. Molotow-Fete. Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon? Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputtgehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Paulie, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bar. Zerbollt ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschworen davon kommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche sie nicht. Und Tommy? Hm? Wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Klar. Ist der Boss schon fertig? Nee, du kannst noch länger auf deinem Arsch sitzen. Zieh dich in der Bar um. Oh, okay. Taxifahrer, wir tun ihm einen Gefallen. Wird er den Boss fahren? Lesen. Brief an Salieri. Don Salieri. Ich schreibe Ihnen, um meine größte Freude darüber erkund zu tun, dass Sie die Hochzeit meiner Tochter besuchen werden. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie besondere Vorkehrungen für das Fest wünschen. Es wird ein wunderbarer Tag werden. Und es wird ganz besonders unvergesslich sein, wenn die ganze Welt sehen kann, dass Sie diesen Anlass Ihren Segen spenden. Ihr treuer Freund Giovanni Romano. Okay. Na, fünnig geworden? Nee, ich... Ich beobachte dich. Klar? Klar. Was sagt, du bist noch nicht bereit fürs Abkassieren? Was soll man machen? Ich weiß nicht, was der Fernproblem hat. Was soll ich machen? Ah, die roten Punkte sind Sachen. Oh. Oh, sorry. Komm später zurück. Mit Polly oder Sam. Ah, Notizlesen. Zeitung, 23. September 1938. Die Prohibition bleibt. Herstellung und Verkauf von Alkohol bleibt illegal. In einer Rede vor versammelter Presse hat Präsident Herbert Hoover heute bekräftigt, dass das edle Experiment Prohibition bestehen bleibt. Als Reaktion auf Kritik der Demokraten hat Hoover außerdem dem Prohibitionsamt mehr Mittel versprochen, Ruche und Schmuggel zu unterbinden. Sieht ein bisschen aus wie... Wie heißt der noch? Wie fängt der Name hier ein? Der Idiot? Der... Naja, okay. Polly mag dich, aber das heißt nicht, dass ich oder sonst irgendjemand dich mag. Jedenfalls muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Ich bring dich zuerst zu Benny. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Was macht er? Er kommt zu ihm, wenn wir etwas gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Die wird singen. Wer ist das dann? Benny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was langes oder kurzes? Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Da hab ich genau das Richtige. Der Klassiker für Sofa. Boah. Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ei, ei, ei. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versenken. He, he, he. Ja, okay. Willst du kennenzulernen, Tom? Gib mir Bescheid, wenn Polly dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Okay. Ja. Komm später zu mir, falls dich die Jungs... Polly, kommt mir auch bekannt vor. Das Gesicht. Aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Hey, Schauberger! Zieh deinen Kopf hier aus dem Arsch. Was zur Hölle, Polly? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralf. Ich wollte dich nur aufziehen. Du rumpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralf. Sicher, Polly. Tommy. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralf hier ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, hier, P-P-P-P-P-P-Polly. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Oh je. Und hör endlich auf, hier rumzufaulenzen. Irgendwann schneide ich dein Bremskabel durch, Arschloch. Keine Ahnung, warum Ralf uns diese Kiste gegeben hat. Dann will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralf kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Drechschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Der kanadische Whisky, der hier ankommt. Sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Bei uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Es ist nicht nur unser Fusel, Tom, sondern auch wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schwein den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar, klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Okay. Ein kleines Auto Tuf Tuf. Oh. Hey, wir zerstören heute Ihre Karm. Nicht diese Kiste. Sorry. Ich wollte doch nur mal gucken. Wir sind jetzt in Morellos Revier. Verläuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr. Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Okay, wir sind fast da. Aussteigen. Okay, wir schleichen uns an. Du kannst doch leise sein, oder? Ja, genau so. Tja, er hat halt seine Leute. Da kommst du noch hin. Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. Ich kletter über das Tor und auf ihr Dach. Ich lenk den Typen ab, während du dich von hinten an ihn heranschleichst. Fürs Ablenken habe ich ein besonderes Talent. Aber der Boss hat viele Leute in der Stadt ans Bein gepisst. Bist vorsichtig. Hauptsache er rückt mit der Kohle rüblich. Ah, das macht er schon. Okay. Was heißt, was tue ich da? Ich meine, was ich sage. Was zur Hölle machst du hier hinten? Wer wirst du? Ich bin der Typ, der wissen will, warum du hier rumstehst. Dino hat mich beauftragt. Dino? Sairis Jungs wollen in der ganzen Stadt Modelo 1 verpassen. Und Dino lässt dich auf Autos aufpassen. Hör zu, Kumpel. Wer bist du? Kennst du Dino? Klar kenn ich Dino. Einmal hat die Dinge genauso. Gut gemacht. Also, weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. Halte LBO. Ach so. Ach so. Hey, weg von dem Wagen. Ich werd dich von der Brücke. Willst du unbedingt sterben? Oh. Oh. Na. Gut gemacht. Molotow. Okay. Aber was hat er gesagt? Nicht die Nasenhaare. Er wird gedrückt um einen Molotow. Das hat der ganze Block gehört. Wir müssen los. Wir nehmen Dinos Auto. Woher weißt du, dass das ein Auto ist? Wenn ich dich nicht mag, dein Auto aber schon weiß ich, wo du's abstellst. Ach, die Nordmark. Wurzbremse Autos und Schütte gemeldet. Wie? Genau neben Morellos Laden. Verhaftet nicht die falschen Leute. Okay. Geradewegs durchs Tor. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Ich lade nach! Los jetzt! Fahr durch das Tor! Lass sie nicht entkommen! Komm zurück, ihr Schweine! Scheiße! Oder fahren gegen eine Arme. Wir sind zwar sauer, aber machen wir sie nicht richtig sauer. Fahr, Tom! Fahr! Oh Gott. Ich wollte da rüber, aber... Dann fahren wir mal. Allemann, Besuch ist beendet. Wiederholen. Die Luft ist rein. Zurück mit uns zum Boss. Dachte Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifenbullen schon. Aber Morello hat den Polizeichef. Also, hat es sich gut angefühlt? Was angefühlt? Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. War es gut? Ja. Schätze ich mal. Nichts geht übers erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Ist das was für dich? Dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee. Mal ist viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee. Aber hoffenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, hab ich mein Maul gehalten. Und eines Tages hab ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. Zehn Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt hab ich nen Anzug und Vinny ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen. Oder wie Carlo, der den Don schon ewig kennt. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Aber viele von uns kommen von der Straße. Ich sage, wir stellen dich dem Boss vor. Dann geben wir ne Runde aus. Ich habe noch nichts vor. Also... Klar hast du nichts vor. Aber wir füllen Vinny sowas von ab, dass Luigi ihn durch die Tür rausrollen muss. Das klingt gut, ich bin dabei. Klar bist du das. Gut. Aussteigen. Kaputten Fenster? Frische Luft hat noch nie geschadet. Äpfel. Ist also noch immer dabei? Irgendwie. Ja. Hey Boss. Ist erledigt. Keine Probleme? Keine unlösbaren, Mr. Salieri. Gut. Gut, jetzt durch. Amore Luta? Nein. Aber er wird ziemlich sauer sein, wenn er hört, was passiert ist. Der wird ein paar Wochen lang nicht mehr klar denken können. Tja. Das ist der Unterschied zwischen mir und Morello. Ich bin Geschäftsmann. Ich mache alles hiermit. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist gut für das Geschäft. Und meine Jungs. Aber Morello, ein Hitzkopf. Und der ganze Zaun schmort das Gehirn. Wenn er wütend wird, wird er dumm. Darüber braucht man sich bei Tommy keine Sorgen zu machen. Der war die ganze Zeit klug, Boss. Das höre ich gerne. Mein Geschäft wächst. Einen Kerl wie dich könnten wir hier in der Bar brauchen. Du könntest Besaugung machen und achten, dass Rechnungen bezahlt werden. Wie wäre das? Es wäre eine Ehre, Sir. Gut. Gut. Also Pauli und Sam haben schon für dich gebürgt. Aber du musst noch ein paar Regeln begreifen. Also hör zu. Hör gut zu. Erstens. Kein Gefluche in meinem Haus. Es gibt da draußen Millionenwörter. Männer, die sich auf Scheiß drauf und verdammte Scheiße beschränken, sind ignorant oder faul. Zweitens. Wir verkaufen keine harten Sachen. Ich will keine Junkies in meinem Viertel haben. Morello kann seine eigenen Leute vergiften, wenn er das möchte. Und? Ich will keinen Ärger mit den Cops. Wir haben nur ein paar in der Tasche. Und wenn du zu weit gehst, hast du den Rest im Nacken. Verstanden? Ja, Mr. Salieri. Dann bitte ich dich nur noch um eines, Tommy. Pauli und Sam arbeiten hier nicht, weil sie so stark sind. Da draußen gibt es größere und härtere Kerle. Und Frank hier bezahle ich nicht, weil er so schlau ist. Obwohl Zahlen wirklich sein Ding sind. Alle Jungs hier, in diesem Raum, haben das, was mir am allerwichtigsten überhaupt ist. Das Einzige, was uns allen wichtig sein sollte. Weißt du, was das ist? Sie sind loyal. Ganz genau. Bist du mir gegenüber loyal, lebst du auf großem Fuß, Tom. Aber missbrauchst du mein Vertrauen? Don Salieri, wegen mir müssen sie sich nie Sorgen machen. Also gut. Willkommen in der Familie. Sehr gut. Jetzt hab ich Hunger. Luigi! Luigi! Essen wir! Willkommen. Unser Barkeeper Luigi kann nicht gut kochen. Aber seine Tochter Sarah? Bellissima. Kapitel abgeschlossen. Molotow-Fete. Ich würde auch sagen, ich schaue mal. Das ist die Paarzeitsumme von Kapitel zu Kapitel. Mal sehen, es gibt wahrscheinlich kurze Kapitel und so. Ja. Aber ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentartipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Paar geht's dann weiter. Bis dahin. Adios. Adios. Bis dahin. Oder? Dann раб اہvordan. Bei5er. 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 Bei5er.